Mit 6 zu 4 Punkten läuft beim HC Einheit derzeit fast alles nach Plan. Rang 5 in der mitteldeutschen Oberliga sieht schon fast sensationell aus. Nach dem 34 zu 25 Auswärtssieg bei Aschersleben gehen die Sajenev-Richter-Schützlinge mit viel Selbstvertrauen ins Vogtland-Derby. Denn am Samstag empfängt die Einheit 16 Uhr den SV Oberloza. Als Meisterkandidat gehandelt läuft es bei der Haseltruppe so gar nicht. Die Standortbestimmung zeigte mit der Heimniederlage von 25 zu 29 gegen Burgenland, welche Stellschrauben zu drehen sind. Ob und wie das geklappt hat, wird sich am Samstag zeigen. Nach 5 Wettkampftagen zeigt sich eine Tabellenkonstellation zum Einrahmen. Die Ringer Regionalliga Mitteldeutschland wird derzeit von Magneukirchen und der Kampfgemeinschaft Pausa-Plauen angeführt. Beide Vertretungen konnten ihre Kämpfe gegen Frankfurt-Eisenhüttenstadt bzw. gegen Potsdam siegreich und teils souverän gestalten. Nun folgen gleich zwei Wettkampftage. Am Donnerstag empfängt Magneukirchen Leipzig und muss Samstag nach Potsdam. Pausa-Plauen ist zuerst in Luckenwalde gefördert und hat dann Heimrecht gegen Luftfahrt Berlin. In der derzeitigen Verfassung beider Teams sicher alles lösbare Aufgaben. Die Flossenschwimmer des Tauchclubs Nemo Plauen waren beim dritten mitteldeutschen Teamcup im Finn Swimming in Chemnitz überaus erfolgreich. Auf ihr Konto gingen achtmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze. Dazu kam noch Platz 1 in der Mixstaffel. Trotzdem reichte es in der Gesamtwertung nur zu Rang 4. Umso höher sind diese Resultate einzustufen, da die Plauener lediglich mit fünf Nachwuchsathleten anreisten. Die Medaillen holten Julia Prochaska, Hanna Neitsch, Leonie Florentine-Holz sowie Florian Brandy und Tobias Tunger.